Aber es ist halt aufgemalt. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, ich weiss es ist der Mr. Wommer. Und da habe ich eben gemeint, das ist äh... Wir tun noch sonstige Figuren zum schwarzen Bitter. Ja, wo wollen wir hin? Wir können jetzt ähm... so runterlaufen oder wir können... in welchem Kessel wieder gehen wir nach. Kennst du das Lust da hinten? Hast du gerne Lust? Wir sind so zum Baden. Das ist die Kremme, aber... Es gibt ja so die Seifele und so... Und Lust, das ist da hinten ein Stein... immer ganz vorne, aber... Eben... Ja, ich eben auch nicht, weil ähm... Achtung... Aber ich weiss ja... Es sind so Seife und Bad zu... Ah, wir dürfen ja, also gut. Ähm... Nein, der hat nur Klingeln, Anna. Ja... Ja... Ja...